und bitte und bitte ich will doch filme unter uns ja wahrscheinlich so die die klatschen hier waren wir schon zu einer anderen zeit ich war auch schon mal bei dir aber noch nie im winter leben das niemand will das einzige was hier oben gibt es warte warte guckt man da an diesem mittel stimmt gegen dem ersten neben zweiten sowas darf ich einfach mal bei dir also sind wir ganz weg umsatz gelaufen oder aber das ist das ist abenteuer doch mal erst nur hingehen um rauszufinden dass dort eigentlich nichts gibt vorher die die möglichkeit ist ja alles was da hätte auch aus denken da ist ein sehr glücklich dass er die idee reise ist das ziel willkommen kündigung da habe ich ein leben hingelegt ich habe auch voll ja jetzt hast du voll ja da kann ich einfach hier im sommer nicht viel zu tun ok es geht nicht boah es zieht sogar zwei ab ja da hätt ich das nicht hab ich das mal gewusst dass es zwei sogar abziehen ja da hätt ich hab's irgendwo ah ne hier gibt es ja kein wasser hier gibt es gar nichts mehr gibt es einfach im sommer nichts zu tun es gibt hier nichts zu tun in dem level das level habe ich auch noch viel viel größer also wir haben jetzt viel viel größer ja die wiegen können wir noch besiegen aber dafür habe ich drei fehlern reicht das nee zwei haben wir nicht mehr im unsatz hm ich weiß nicht das hätte ich noch gut goldfehlern geben haben wir noch irgendwelche gesehen oben auf den ersten waren da noch welche bei dem hauptbau habe ich schon eingesammelt da habe ich ja mal einen guten sprung gemacht denn wo dir die arschklammer auf und zu ich vergesse halt auch immer dass du nach diesem sprung hier noch den den äh er mal gewinnst den äh der hat ja auch so einen geilen arme ah machst du jetzt doch mit weh ja das ist tatsächlich ja also das ist irgendwie fühlt sich sicherer an ja definitiv was sind wir denn da ja siehst du siehst du noch ordentlich hinterpfeffer dreimal pick sprung funktioniert dreimal äh ne ne nur zweimal nur zweimal funktioniert also ne bessere studie kann ich dir jetzt leider auch nicht liefern ne ich bin jeder mit vollkommen achso ne halt der verlässt erstmal energie nach ja ja ich wollte grad nur gucken ob ich hier noch irgendwo ach guck mal wie schön die da hinten in der luft stehen freeze frame ach you wonder how i came how my life ended here was ist das überhaupt für ein film ich hab auch keine ahnung worum das geht ah dann immer so freeze frame und dann läuft baba o'reilly im hintergrund die läuft doch nur bei csi in new york oder so nee bei jedem so einem alten film was du denkst und dann da gibt es so ein freeze frame und dann siehst du halt irgendwie ein Junge oder sowas jemand der irgendwie von Leuten verfolgt wird oder sowas und dann ist das quasi so von wegen ey kommt so eine voice over so von wegen ey wundert euch bestimmt wie ich hier irgendwie gelandet bin und sowas und dann wird eigentlich dann kommt eigentlich erst der ganze film so dann wird so eine rückblende erzählt das ist doch voll oft richtig weil das halt ein sau alter film ist wo das sau oft einfach kopiert wird von ich weiß aber nicht was oh Gott das ist halt ein grobmotoriker jesus Maria und josef wollen mich nochmal hier hin ja was du hier willst ah ah the fuck willst du das jetzt versehen müssen soll ich überhaupt was sagen oh von dem willst du jetzt auch noch eine na schade ich will halt wirklich ungern diese Bienen angreifen aber ich probier's jetzt einfach will du sicher gehen ach hier ist er dann ja hier hab ich das ist doch volle Federn was soll ich jetzt sagen später brauchst du dann hast keinen findest keiner mehr ah ne du spliffst ja nochmal stimmt und dann sterb ja nochmal dann gibt's wieder Federn überall dann gibt's ja wieder neue Federn da guck mal das ist ein Mumbo-Schädel den hab ich dir gelassen ja den hol ich dir jetzt zeig dir jetzt zeig dir jetzt was geht hol mir den mal schnapp mir den raus lass mein Herz aufholen zeig ich dir gib mir den Nervenkitzel gib mir dieses Abenteuer das ich vermisse deshalb ich weiß doch nicht warum wir überhaupt angefangen haben ich weiß doch nicht ich weiß doch nicht du warst früher so romantisch ich war so so spontan und heute ach warte ach Gott das muss ich übersicher geh doch einfach in den Herbst lass dort alles snacken was geht und dann kommen wir im Sommer wieder wieder in den Sommer so stell dir vor das Level wird sich die ganze Zeit so durchgängig verändern und du müsst du müsst quasi nicht Türen wechseln sondern das wird sich von alleine alles ändern ach richtig deshalb hast du das Leben vorhin eingesammelt genau ich hab es eben eingesammelt da ich jetzt hier einfach mal gucken kann ob die vier goldenen Fehlern ausreichen und wenn nicht vier? ja oh drei verdammt der Reihe ich stell mich einfach um wo das Puzzle hat also über das Puzzle hat würde ich genauso tun nein würdest du nicht wenn ich mehr Fäder hätte würde ich das machen Fallschadentot du musst es halt auch machen ja ich hab gedacht die geht da drüber fuck was ach ach der eine ist da drüber geglischt ich dachte die trifft mich da hinterm Glas nicht ich wusste nicht dass die da durchgeht jetzt bin ich also das ist ja traurig lass doch ich will das jetzt haben geh ich jetzt wieder neue goldenen Federn da drin wie klar hab ich denn drei ja eigentlich schon ne oder? ich denk's auch dann hab ich ja gestellig stell mich da oben drauf immer wie ich das eben auch geplant habe hm der 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 Typ der hat sich auch grad nicht bewegt ne erst wo du ein bisschen näher gekommen bist jetzt ist halt die Frage wann gibt's immer wieder neue Federn wenn du rein und raus gehst aber hier gibt's ja auch wieder neue Federn ja schon aber wann gibt's neue Federn wenn du außen reingehst ach! wann gib's Cupsie aber stimmt oder wenn du oder wenn du sterbst was? nix ach, der hat's angemacht ich hab'not gehört du weißt du ich hab's gehört ich bin gesprungen worauf springt der denn nicht? Ich fühle mich wieder an der ersten Ampel da, jetzt könnt ihr wieder den Bier aufreißen. I feel so pretty, I feel so rich. I feel so pretty, I feel so rich. We will be, oder ist das nicht auch eine West Side Story? West Side Story. West Side Story habe ich halt in meiner Schulzeit dreimal gucken müssen. Jedes Jahr halt so irgendwie Musikunterricht. Ich habe es nicht einmal gesehen. Unser Lehrerin war da ziemlicher Fanatiker von und die hat es ja halt mit jeder Klasse dann geguckt. Ja, die hat es dann jedes Jahr, die hat es jedes Jahr quasi viermal geschaut oder so, den Film. Wo ich mir denke, the fuck. Die ist halt voll auf ihre Kosten gekommen. Richtig, also den Film musst du halt geliebt haben. Und dann haben wir einfach nächstes Jahr nochmal geguckt. Und die Parallelklasse hat den auch nochmal geguckt. Frau, was ist denn? Ja, hast du denn überhaupt einen Musical Film schon gesehen? Ein Musical? Ja, ist doch auch ein Musical. Sowas wie Herr. Hast du Herr gesehen? Ein bisschen den Film. Herr war ziemlich gut. Habe ich ein bisschen den Film gesehen. Ich habe in Berlin Klassenfahrt. Aquaria. Wurde ich tatsächlich gezwungen. Was heißt gezwungen? Ich würde gerne sagen. Aber Tanz der Vampire haben wir geschaut? Ja, also ich meine jetzt nicht, wer ist das Musical gegangen. Äh, ich meinte halt. Weil du es nicht gesehen haben? Ja. Aber wenn ich dort war, habe ich es halt gesehen. Kann ich da auch nix hinfinden. Ja, nein, ich meinte... Nein, nein, ich meine es eigentlich anders. Ach guck mal, das ist eines. Was? Ich meinte, dass im Bezug auf... Wie heißt denn das? Filmisch... Filmisch umgesetzte Musicals. Ach so. Puh. Also Herr ist ja... Ist ja... Ja, ja. Als Film eigentlich rausgekommen. Case! Haha. Ja, dann habe ich Wettbewerb gesehen. Das ist ein Trauerspiel. Herr habe ich ein bisschen gesehen. Kann ich mich erinnern? Wo er dann irgendwie zur Armee geht, gell? Genau. Ja, so ungefähr da. Ja, so... Sein Abschiedsding. Sein Abschiedslied, bevor er zur Armee geht. Habe ich gesehen. Was hast du gesehen? Warum mache ich das Ding davor? Case. Aber was wolltest du sein? Ein Detective? Ein Verhörer? Ja. Freundscher Verhörer. Detective Freud. Oh, ich bin Detective Freud. Äh... Ne. Ich... Wüsste ich jetzt nicht, was ich noch gesehen habe. Dann für Musical-Filme. Lass mich mal langsam, damit der Quatsch nicht schon wieder schief geht. Und weil ich das gerade gesagt habe, wird es auch wieder schief gehen. Bei meinem Talent. Hui. So, vier Stück. Lambo gab es... Ah, guck mal, das machen alle. Was? Da? Da unten? Was? Ich habe einen Vogel davor. Guck mal, die Raupe... Quasi ist es eigentlich... Guck mal, die Raupe bewegt sich aber. Ja, aber die Bienen sind schon noch zu weit weg. Aber die Honigmann bewegt sich auch. Ne, 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 warte. Ich such dir jetzt eine andere Biene. Einen Stock, der hier näher dran ist. Der sich aber bewegt. Den ich nicht sehen kann. Lass mal los. Danke, Merkel. Da, 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 da. Jetzt habe ich schon wieder eine verloren. Was soll denn der Quatsch? Ach. Das ist... Ich wollte nur die Kamera drehen, habe versehen dich R gedrückt. Dann macht er diesen verdammten Mist. Jetzt müssen wir tatsächlich die da unten holen. Genau. Ja, richtig. Aber die ist quasi unerreichbar. Ja, zumindest ist es wieder ein mega weiter Weg. Wollte ich das für dich machen? Ist es schon wieder so weit, oder was? Ich habe doch gar nichts gelaufen. Hast du... Ah, ne, halt. Du bist der älteste Bruder von euch, gell? Ne. Du hast noch einen älteren Bruder. Du bist ein Mittelkind. Ich bin... Mittel... Mittelshit. Hast du früher auch irgendwie deinen älteren Bruder gefragt, dass er irgendwas für dich machen kann? So eine Videospiele, so... Irgendeine Stelle, so? Was? Nein. Was? Nein, ich habe alles selber gewusst. Okay. Ne, also... Ja, natürlich... Nein. Ach, ich habe... Wir waren vier Kinder. Und da wollte keiner den Controller aus der Hand geben. Da war jeder froh, wenn er seine Zeit an den Controller verbracht hat. Und dann hat er es halt hunderttausendmal probiert, bis er es irgendwann geschafft hat. Oh. Der war bestimmt schon... Du warst ja der Verstands auch nicht. Ein bisschen, ja. Aber der war bestimmt schon ausgelöst. So, ich habe jetzt vier Goldfehlern, das reicht. Du musst doch auch einsetzen. Ja, nicht jetzt. Du kannst aber auch jetzt schon sechs haben, oder? Ich hätte schon... Ja, schön, dass du... to him. Ach, ja! Wie viele Enkel haben wir jetzt? Ich habe jetzt den Merc resign. Da spuckt er so krank so ein Safter aus. Keine Ahnung was sie singen. Absolut. Bei einem ist es halt auch zu witzig, dass wir uns mal in den E-Takes von Downtown von Mekka Mauna und uns singen. Tiramisu singt einfach. Tiramisu. Ich behaupte auch, die Stelle wo du immer mit Windshield singst, ich glaube das sagt er gar nicht. Ich sage, der sagt irgendwas mit Chrome oder so. Ah, falsche. Yeah, und jetzt kriegt das nicht hin. So, zack, zack. Die nullte Feder hält ziemlich lang. Ha, da lacht er. Hat er nicht. Und jetzt? Eigentlich bin ich wieder raus. Was soll ich da machen? Keine Ahnung, kämpf. Ich kann auch nichts machen. Du stehst in der Nahrungszeit. Vogel und Bär stehen doch in der Nahrungskette über... Ja, aber ich kann ihnen auch keinen Schaden machen. Du musst halt treffen. Die weichen mir doch genauso aus. Ah, zack. Tatsache. Lass dich nicht von denen so ärgern. Ah, die letzte. Was war denn jetzt daran so schwer? Das hat sich vollkommen gelohnt. Jetzt kann ich die Kontrolle aus der Hand geben. Das wollte ich nicht mehr spielen. Ja, jetzt kannst du nur noch 3 Minuten spielen. 4. Wie viel habe ich denn nicht? Habe ich noch 4? Nö, du hast jetzt 13 Minuten. Boah ey, guck mal. Und raus hier. Huah! Nice and clean. Hit and run. Einmal rein. Alles fertig gemacht. Wieder raus. Einmal rein. Nein. Ohne Probleme. Ohne Probleme. Ohne Probleme. Allen abgerundet auf eins oder was? Ja, ich bin dann nie da hingekommen, deswegen war ich auch nie da drin. Ach so. Weil wenn du nicht rausgegangen bist... Ach stimmt, ich war zweimal da drin. Verdammt, ich war sogar zweimal jetzt da drin. Das ist einfach schönrede. Du steckst mich an mit deinem Alzheimer. Das ist echt anstecken. Alzheimer Dings. Ähhhhh. Ja was passiert? Sehr du. Ich habe gedacht ich geh noch ein bisschen da lang so. Bisschen spazieren. Ja. Guck mal da in der Gegend. Ja guck mal da. Ja guck mal springen wir da drüber zum Humbo. Ah und das ist dann nicht zu weit. Bei den anderen springen sind sie so. Ohne das ist doch viel zu weit. Das schafft er doch gar nicht. Ja aber die brauch ich halt auch nicht mehr so ne. Dann können wir auch wieder hier rausgehen ne. Ach so Speedrun. Ich weiß wie's. Ja geht da schnell raus. Jetzt guck. Duckt sich immer noch weil er Angst hat. dann kannst du jetzt nochmal den bieber sein stein kaputt machen und dann kannst du auch beben es ist aber nicht im frühling ich passe nur weil ich so gerne mich im sommerlevel aufhalte und so gerne rumlaufe und sterbe auch einfach drei leben die sonne auf der hau es gibt mir schon immer so bei den levels ich bin echt nicht so gerne im sommer ja du du leiche ja ich hatte in klick lotwood tatsächlich auch irgendwie spannende erinnerungen aber es ist auch übersichtlicher als gedacht haben aber das haben ja schon lefter festgestellt haben wir das immer gesagt fast jeden raum den wir betreten haben hast du behauptet ja das habe ich mir viel größer verfolge ich mich gerade irgendwie gar nicht so was ist das denn eigentlich das kannst du einfach mal abgeben gut ich bin natürlich ja dann lasse ich dich da reinlaufen okay das ist eine schöne abgabe wir fliegen da immer gegangen dann tschut tschut halt schnippen okay warte ich war nicht drauf gefasst auf deine akrobat du weißt 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 du we